Jetzt gieße ich den Brainyack. Der hat gleich direkt ein Messer in der Hand. Das ist ja willkommen. Ich nehme hier wohl meinen Hammer in die Hand. Ich kam eben auch mit dem Schwerter an. Da haben sie auch direkt... Also der Brainy ist weggelaufen und hatte auch direkt eine Schwerter in der Hand. Ich glaube, der hat echt gerade schon umfängt. Hallöchen und herzlich willkommen zu Minecraft Skysolated mit mir und dem Nu Toka aufs Brot, der gerade als Wolfram ins Spiel kommt und ich gehe mal schlafen. Kutini! Ich hoffe, die anderen kommen mit. Ja, aber die sind noch nicht drauf. Die machen jetzt wahrscheinlich erst noch ihren... Stimmt. Ihren, äh... Ihren, äh, äh, äh... Ähm, was passiert hier mit mir? Weiß nicht. Ich habe... Wo liegst du? Du liegst übrigens neben dem Bett. Ich lege mich mal ins Bett. Ne, das Bett ist occupied. Dann hole ich hier das. Ich mache mal leavebett. Was ist hier denn los? Aber es ist Tag jetzt. Alles gut, oder? Ne, ist immer noch. Jetzt ist Tag. Normalerweise. Das war seltsam. Das war seltsam. Ja, aber du hast auch neben dem Bett gelegen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe gestern zu viel gefeiert. Okay. Oh, es liegt da. Elevator! Ah, da ist noch eine Reihe frei, das ist ja gut. Banane, 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 was brauche ich noch? Ah, ich brauche noch. Kann ich einen Bananen-Smoothie machen, bestimmt. Das weiß ich nicht. Knochenmehlbräuern noch, soweit ich weiß, oder? Was fehlt dann noch? Was ist das? St. John Stone Stone? Geht nicht so die Gießkanne? Da muss ich noch mal nachgucken. Watering. Kann. Ist natürlich jetzt falsch geschrieben. Watering Can Empty brauche ich. Ah, ich brauche ja noch die Bowl, aber ich habe ja Holz hier. Wo ist denn die Kinsey überhaupt? Ich sehe die schon gerade mehr auf der Map. Ich habe mich zum Bauernhof begeben. Wir müssen hier mal in den Bahnhof. Ah, irgendwie schon wieder runter. Okay, ich mache ja. Ich habe den Schmutzi, habe ich dir gemacht. Und was? Ein Schmutzi. Ein Bananenschmutzi. Ach, ein Schmutzi. Ach, wie schön. Ja, so geil. Und ich habe dir eine Gießkanne gemacht. Die kannst du immer wieder stoppen. Ich packe die in die Holzkiste hier. In die Kiste neben dem. Okay, Raffting. Links vom Crafting Table. Ah, das ist der K-Rafting Table. Ach so, ich brauche ja noch Wasser. Wo ist denn das Wasser? Oh, da ist ja noch gar kein Slap drauf. Oh, das ist aber auch schön. Ich glaube, ich habe gerade dein Bild gesehen von deinem Messer-Set. Und wie sieht es aus? Da sind bei mir so Giftflächelchen im Regal. Okay. Fail. Wieso? Passt doch. Ja, findest du? Okay. Ja, in die Hütte hier passt das auf jeden Fall mit den anderen Bildern. Ah, okay. Brainyr kommt auch. Es scheint also zu fungieren. Sunflower Seeds kann ich anscheinend nicht gießen. Dann nehme ich jetzt einfach mal Bone Meal. Oh, Banana Smoothie. Den verleibe ich mir mal direkt ein. Kann man ja sogar auf den Tisch legen. Was, den Smoothie? Ja, aber der liegt halt komplett flach da drauf. Das ist ein bisschen doof. Ah. Na ja, egal. Der erste Smoothie läuft im Fresspalast und war nicht. Ah, schön. Ach komm, machen wir alles. Potato brauchen wir ja nicht, ne? Po-ta-toe. Und Onions brauchen wir auch nicht, oder? Oh, keine Ahnung. Hamburger? Keine Ahnung. Ich mach sie weg. Ich mach sie weg. Sie sind weg. Du machst sie weg. Esst die doch. Ja, ich brauch den Platz gerade. Ach so. Kann man Apfelsmoothies machen? Bestimmt. Apfelsmoothies. Apfelsmoothie? Ach, du hast eine Smoothie-Maschine, oder was? Ja, du brauchst eigentlich gar keine Smoothie-Maschine, sondern eigentlich nur Schneebälle. Ah, verdammt. Apfelsmoothies gibt's nicht. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Das ist ja sowas von blöd. Was ist denn noch für Futter? Grape? Grape. Oh, hier sind auch noch Bananen drin. Klick, 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 klick. Apropos Klick, ich könnte ja mal Musik anmachen. Dude, Klick. Was? Aus Grape's kann man auch kein Smoothie machen. Was für ein Fuck-off. Das tut mir jetzt leid. Das tut's dir gar nicht. Doch, wirklich. Zack. Hey, Funk, ey. Das dauert aber lang. Mit dem Knochenmehl ging das schneller. Tische sind gedeckt, wenn jemand einen... So, jetzt kommt wieder zurück. Wir haben aber keinen Flugzeug mehr. Jetzt sind wir wieder Monster. Stirb, Monster. Ginger. Lecker. So blöd also Ginger. Oh ja, so geil. Ja, so geil. Was war's? Hast du wieder rumgespielt mit dem... Oh, ist da ein Ender gewesen? Ich hab unkontrollierte Blähungen. Seit wann explodiert denn ein Ender? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hat der mit dem Creeper ein bisschen Hackysack gespielt oder so. Bring rüber. Ja, komm, der fliegt los. Ich kümmere mich so lange um die Samen hier. Soll ich wirklich rüberfliegen? Wie du willst. Ich hab nichts dagegen. Wir warten ja eh noch auf die... Auf den ganzen Kram hier. Wo ist denn mein Flugtrank? Lieg mit mir, lesbische Seemöwe. Bau dein Nest und bleib bei mir. Lesbische Seemöwe. Lesbische Seemöwe. Langt eine Minute? Ja, normal schon. In welche Richtung müssen wir denn? Weißt du das? Hm, auf jeden Fall nicht hier in die Richtung des Bauernhofs, weil da ist ja eine leere Insel. Ich fliege einfach in die Mitte. Genau. Von da kann ich eh zu Fuß gehen. Bitte? Von da kann ich zu Fuß gehen. Wieso kannst du von da zu Fuß gehen? Hast du etwa nicht die Folgen vom Schneckball oder Comark geschaut? Oh, die Folge hab ich wohl nicht gesehen. Vom Comark? Ja, die haben mehrere Folgen gebraucht, um einen Weg zu bauen. In welchen Folgen war das? In den, von den letzten Tagen. Echt? Ich hoffe jetzt nur, dass ich in die richtige Richtung gehau. Also ich hab vor ein paar Tagen mal reingeschaut, aber... Oh Mann, ich weiß wohl noch davor. Jetzt so die letzten paar Folgen hab ich nicht geguckt. Obwohl, ne, das hier sieht mir eher nach Comark aus. Verlangt. Nanananananananana... Ja, das ist Comark. Wir können uns da eigentlich anstöpseln. Na, machen wir das doch. Hab ich was zu tun. Du musst quasi einfach nur nach Westen... ...nen Weg bauen. Okay. Na, ich seh schon ihre Bäume. Oh, jetzt ist der Flugtrank vorbei. Hast du denn Heulen? Ja, ja, klar. Schau mal ein paar dabei. Jetzt hätte ich abbauen müssen. Du musst direkt mit dem Schwert kommen. Ja, Brainy läuft weg. Ich baue so viele Sonnenblumen an. Weil ich es kann. Oh, jetzt ist die vorbei. Oh, ich hab ja schon ein Stack. Na, dann mach ich dir mal einen Squeezer. Ich könnte natürlich hier ganz fies sein und ein paar Bouncepads verteilen. Aber das bist du ja nicht. Das wär sauwitzig. Ja, gar nicht fies, nein. Na, doch ein bisschen schon. Hä, war das nicht der Squeezer? Ach so, der kommt nach unten. Hä, nein? Bin nochmal weg. Very seltsam. So, das kommt da rein. Bauen unseren Weg auch an die Mitte ran. Ui, haben wir hier einen. Ach, da krieg ich Cooking Oil. Okay, und wie kann ich da... Sunflower Seeds... Okay, das ist natürlich doof. Wie mach ich denn... Wie mach ich denn... Halt ein Mund gelöst, hoher. Ach, krass. Ich seh von hier sogar schon unsere Insel. Ist ja mal abgefahren. Mal trinken. Ach so, das Seed Oil krieg ich nur, wenn ich das im... Ach so, ich kann doch da drauf drücken, ne? Entweder so... Weiß nicht. So... Hä? Okay, das ist seltsam. Ich bin wieder da. Bin wieder da. Ich bin wieder da. Juh, ein Hühnchen. In meinem Revier. Patzgeld. Schmeckt! Was? Hä? Ich rall's nicht. Wo krieg ich Seed Oil her? Ich rall es nicht. Wie, warum rallst du das nicht? Oh, ich muss mir auch nochmal einen Hammer machen. Weil ich es nicht rall. Seed Oil. Muss ich jetzt schon wieder gucken. Seed... Oil. So. Seed Oil. Dann musst du ja natürlich nach Seed Oil gucken. Mach ich doch schon. Das bekommst du. Squeezer krieg ich... Das krieg ich aus dem Seed Oil Can, ja. Ja, das bekommst du ungefähr aus allem. Ach, jetzt wird es mir hier angezeigt. Aus Wild Cherries, Black Cherry, Sour Cherry, aus Haselnuss, Almond, aus Peach Nut, aus Butternut. Aus allem eigentlich. Nicht aus Sonnenblumenkern. Keine Ahnung. Ja, aber wie krieg ich es denn aus? Wenn ich das mit dem Squeezer versuch kleinzumachen, krieg ich nur Cooking Oil. Aus Seeds, aus normalen Seeds, bekommst du auch Seed Oil raus. Aber nicht mit dem Squeezer. Aber nicht mit dem... Achso, das ist der Juicer. Entschuldige. Ja, das habe ich dir auch letzte Folge schon gesagt, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Achso, das ist jetzt... Großer, grüner Argelanfall. Steht das schon im Restaurant alles? Äh, was denn? Du hast den Squeezer, den Juicer... Ich habe weder einen Juicer noch einen Squeezer da gemacht. Ach, den haben wir noch gar nicht. Ja, wir haben noch keinen Squeezer, genau. Dann ist das ja doof, dann mag ich was anderes. Ich habe erst im ersten Moment überlegt, ja. So, Hayabubu. Ist das richtig geschrieben? Ich weiß es nicht. Um Squeezer zu schreiben. Keiner geht mit Hayabubu, oder? Squeezer. Zuck, zuck, zuck. Ja, hier nennt man auch noch Englisch. Hm. Man versucht es zumindest, ne? Hm, 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 hm. Forestry. Oh, der ist einfach zu bauen. Ne, ist er nicht. Was ist ein Storycasing? Ach, der wird einfach aus Bronze gemacht. Für Bronze habe ich auch Kupfer und... Für Bronze haben wir, glaube ich, noch Massen. Anweis im, äh, Dings drin. In, ähm, in der Felsen. In der Mädels, eh? Glaube ja. Ich muss mal gucken gehen, oder? Ich, ich, ich gehe schau'n. Ich gehe schau'n. Okay. Danke. Bronze. Wo ist denn die Bronze? Ich sehe da keine Bronze. Ich sehe da auch noch Tin und Nickel. Keine Bronze da? Nee. Nee. Warte mal, vielleicht wird es mir nun hier nicht angezeigt. Nee, ist nix drin. Ja, nix. Ah, da habe ich doch bestimmt was rausgeholt und irgendwo reingepackt. In unsere Kiste, da ist doch bestimmt noch Bronze. Tinker's Alloy in Nod? In Nod? In Nod? Nee, ist auch keine Bronze. Bronze ist aus Kupfer und Sinn, ne? Ja. Weiß ich nicht, guck mal auch. Glaube ja. Kupfer, kaupfer, 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 kaupfer. Kupfer, kaupfer, 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 kaicas. Was war ich? Der falsche Text zum falschen Schild. Wir haben doch noch ein Lied, Ingo. Den falschen Text zum falschen Schild? Ja Mann, das war der falsche Text zum falschen Schild, Alter. Kein Kopper. Ich mache jetzt einen Köpper. In den Kopper. Du machst einen Köpper? In den Kopper. Wo ist denn der Kopper? Kopper, 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 Kopper. Blei, Nickel, Kopper. Oh, da haben wir ja nur noch 64, viel zu wenig Steaks. Ich rufe weiter. Apropos, ich tue mal was in den Sieber. Da müsste doch jede Menge kommen. Oha, dass ich das noch erlebe. Kinzi macht was in den Sieber. Ja, ich mache das rein. Es sind Steine schon. Ne, sind noch nicht so weit. Ich versuche jetzt Steine zu sieben. Das ist aber nicht so klein, dass es gibt im Schnee. Ich habe geguckt, ob da noch welche drin sind im Dings. Ne, weißt du? Im Dings halt. Im Dings neben dem Bums? Ja. Ah, okay. 45, okay. Nein, 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 nein. Ich habe meinen Hammer nicht dabei. Habe ich den im Golden Bag of Holding drin? Benutzen diesen Golden Bag of Holding irgendwie gar nicht. Oh, ich habe mich da schon... Wieso, der ist ja eigentlich voll super. Ja, aber irgendwie... Der ist ja schon super, aber ich nutze ihn halt irgendwie nie. Weiß auch nicht, wieso. Geht denn das seine? Das ist für meine Zuschauer auf jeden Fall eine sau aufregende Folge. Ich gucke die ganze Zeit auf den Boden und bin einen Stein am anderen dran setzen. Oh, ist immer noch so weit. Ich muss noch mehr Limestone farm. Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Ich gehe mal den Creeper umhauen. Oh, haueha. So, das Skelett ist auch hin. Kann ich denn hier noch einsammeln? Nur Pfeile? Naja. Du musst mich ein bisschen beeilen, damit ich das hier die Folge noch schaue. Ähm. Genau. Ich auch. Ich brauche hier nur Kupfer, aber egal eigentlich. Das kann man ja mal machen. Ja, Kupfer kann man eigentlich immer gebrauchen. Das brauchen wir für die meisten Maschinen. Hab ich hier noch Holz in der Dreckkiste? Nein? Doch, zwei Oakwood Planks ist gleich sogar. Äh, wo seid ihr? Ach, ich habe wieder den gleichen Shit gemacht. Alter. Hm, was mache ich mir denn für einen Hammer? Eisen, oder? Ja, wir haben ja sehr viel Eisen. Nein, machst du doch keinen Eisenhammer. Warum nicht? Mach dir einen Steinhammer. Darum, weil Eisen kacke ist. Na. Dann hole ich mir noch einen Steinsche. So quasi direkt um die Ecke. Ja, aber ist abgestürzt. Okay. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ja, war es abgeschmiert. Hä? Da wollte ich gar nicht hin. Äh, da sind die. Na, schon scheiße, wenn man so Rudel immer hat. Ja. Ich hatte es ja auch erst vor kurzem. Hm, das passiert den Westen, glaub mir. Möchtest du ein bisschen Kiwisaft haben? Nö, danke, alles gut. Ich packe ihn in die Essenskiste. Ne, gar nicht. Wieso ist mein... Ich nehme ihn lieber mit. Ups. Äh, da ist er. Ach nee, da ist mein Karottensaft. Alles gut, den packe ich mal wieder in die Leiste. Sehr gut. Oh, jetzt müssen wir hier aber Fackeln hin platzieren. Damit auf diesen schönen Pfad hier nichts spawnt. Weil ich hab grad gesehen, Komag hat da sowieso sein, äh, seine Mobfarm direkt am Eingang, äh, von dem Weg hier. Also wenn die Bock haben, hier rüber zu laufen, dann kommen die auch. Ach, du bist, du bist ja schon, ja, ganz weit weg, oder was? Oh, Verbindung steht, Verbindung steht. Okay. Alles gut. So, wir machen da jetzt noch ein Türchen hin. Noch ein paar Fackeln. Oh, er hat Scheiße geschrieben. Möchtest du mir auch grad mal angucken. Hm, Limestone. Kann ich alles abbauen? Ah, denk dran, du darfst Limestone nur abbauen, wenn du drüber stehst, ne? Hm, 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 hm. Sonst fällt das ins Wort. Es laggt. Oh, es laggt, wie verrückt. Und ich bin mitten auf dem Weg. Was läuft denn da Lava runter? Das ist in der Mitte. Ach so. Puch. Das sieht ja gut aus. Hm, sieht das gut aus. Kohle, oh. Wir haben fast keine Kohle. Wo ist dein Komag? Links oder rechts? Links ist Komag und rechts ist, oh, wir könnten ein Schild hinbauen. Ja, das ist noch eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee. Erstmal ein paar Fackeln. Wenn man es richtig rum anordnet, dann geht es auch. Ich habe gerade Netawarzen dabei. Soll ich den beiden eine schenken? Nein. Könnte ja nichts mit anfangen. Ja, wun. Aber wir müssen übrigens gleich die Folge beenden. Nein! Nicht doch! Zack, zack. Hilfe! 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ich gieße die Schneckball. Jetzt gieße ich den Brainyag. Der hat gleich direkt ein Messer in der Hand. Das ist ja willkommen. Jetzt komme ich immer meinen Hammer in die Hand. Ich kam eben auch mit dem Schwerter an. Da haben sie auch direkt... Also der Brainyag ist weggelaufen und hat auch eine direkte Schwerte daran. Ich glaube, der hat echt kein Himbeerbrot gegeben. Das haben sie doch selber schon. Ich gucke mich mal. Achso, das war jetzt der Eintrittsgeld. Du musst Upmod machen, ne? Echt? Mhm. Kann ich da rüberspringen? Hui! Oh, gleich ist das kaputt. Was ist das? Äh, nix. Brainyag, äh, jetzt sag ich schon Brainyag. Kinsey, vergesst die Upmod net. Ähm, ja, äh, scheiße, jetzt habe ich auch noch einen Command gemacht. Ähm, ja gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich beende mal, äh, die Folge mit einem Bild von Brainyags und Schneckballs Karte. Sehr schön, muss ich übrigens sagen. Ähm, und ja, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut! Dann geht's gut.